Okay, Talking Tom, wir spielen Talking Tom. Los geht's, Dinger. Okay, also ich glaube, er hört uns und spricht uns nach oder so. Nein, er kann uns aber nicht hören, weil er aufs Niveau nicht zutreffen kann, hier auch. Ja? Doch, geht. Es geht, okay. Also jetzt kann er uns hören? Hallo? 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 Ah. Hallo? Hallo? Na, süße Maus? Der will mich verarschen. Der will dich, glaube ich, ficken. Lack schweier Eide. Warum spricht der mir nicht nach vernünftig? Hallo? Hallo? Warum spricht der nach? Hey, Bruder, kannst du mir in 5 allein, alter Wallach, gib morgen zurück, ja? Bruder, kannst du mir in 5 allein, alter Wallach, gib morgen zurück, ja? Oh! Oh! Okay, warte, warte. Du, du sprichst was rein und ich halte mir die Ohren zu. Und dann, äh, höre ich ganz schnell rein, okay? Gib mir das dann. Also, Hamed, musst du heute mal wieder dickscheißen. Also, Hamed, musst du heute mal wieder dickscheißen. Das stimmt sogar, ich war heute schon dickscheißen, ja? Okay, jetzt du, jetzt du. Oh, Jan, ist ein kleiner Spast. Ach, Jan, ist ein kleiner Spast. Du Lelek, Alter. Was denn? Ich bin dran, ich bin dran. Was denn? Ich bin dran. Was hat er gesagt? Hamed stinkt Tamm nach Thunfisch, ja. Hamed stinkt Tamm nach Thunfisch, ja. Tamm nach Thunfisch, ja? Was bedeutet das? Ich hab gesagt, nochmal, nochmal, nochmal. Ah, ah, ah. Also, ich rede jetzt erstmal vor, damit, Hamed direkt hört. Hamed stinkt Tamm nach Thunfisch, ja. Also, ich rede jetzt erstmal vor, damit, Hamed direkt hört. Hamed stinkt Tamm nach Thunfisch, ja. Digga, Junge, alle sagen, ich stinke, ich stink aber nicht. Stinke ich? Riech mal. Riech mal einmal jetzt, als Beweis. Stinke ich? Uff. Junge, er macht's einfach nur noch schlimmer, Mann. Ich stinke nicht. Hä? Wie hast du das gemacht? Ich hab dir eine Backing gezischt. Oh! Mach keine Faxen mit uns. Ja, Mann. Mach keine Faxen mit uns. Mach keinen Heck weg. Mach keine Faxen mit uns. Mach keinen Heck weg. Mach keinen Schleiß mit uns, Junge. Wie der das zurückslangt. Sag ihm das. Oh, oder noch geschlagen, oder noch geschlagen. Direkt aufs ganze Weg. Direkt aufs ganze Weg. Oh, hast du gesehen, wie er zurück ist? Jetzt Busticket kaufen. Das ist mein Respekt für Gian. Das ist mein Respekt für Gian. Gar nichts. Komm, wir geben ihm mal was zu kuttern. Ja, gib ihm mal was. Ich will nicht so kuttern können. Ein Eis. Ein Eis? Dann kann ich hier nicht klatschen, während er das Eis ist. Er war ein Eis verschwendet. Jetzt hat er deine Cam gefickt. Ah, Junge. Der hat nichts gemacht. Das war nur das Bildschirm. In der App. Das ist mir schon klar. Was doch. Junge, Alter. Ja, du hast so angehört. Als würdest du denken, das wäre kurz ehrlich echt. Meinst du, bei ihm passt eine Wassermelone in die Fresse? Komm, wir probieren es aus. Wenn ich kriege... Steck ihn rein! 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 Ich kriege keine Bucky. Oh! Nein, das sind Kerne. Ja, okay. Warte, rein damit. Oh mein Gott! Noch nie hat jemand so sexy eine Wassermelone gepresst. Was ist jetzt zu hiel von Brudi? Wir haben ihn erst mal abgekühlt. Nein, nein, warte, warte. Wir müssen ihm jetzt wieder was sagen. Jeder singt was, okay? Ich kann nicht singen. Doch, du kannst singen. Okay, doch. Hey! Hör mir zu! Junge, ich singe. Hör mir nicht mal zu. Du kannst ruhig zuhören. Was ist das für ein Lied? Das kenne ja nicht mehr ich. Ja, Mann, ja, Mann. Digga, Sänger, Digga. Warum singst du nicht auf Hochzeiten, Jof? Ey, will was? Ey, auf. Hallo, die Cam läuft. Wir sind Hawaii, ja. Alles klar, du kleiner Hoh. Okay. Wir sind Ha... Wir sind Hawaii, ja. Na, na. Wir sind Hawaii, ja. Na, na. Ich war noch nicht fertig, du Hoh. Essen? Halt dein Schnurz, ja, gelb. Okay, sing, sing, sing. Wir sind Hawaii, ja. Na, na. Verschiffen, sing. Gott, ey. Junge, du musst lange singen. Hast du gerade selber gesagt. Bruder. Du musst jetzt. Ich muss schnell... Nein, du musst... Das Problem ist, ich muss so schneller singen, als es... Winterrabatt auf. Ich rappe einfach besser, Digga. Er will unbedingt, Digga. Hör auf. Sing jetzt. Er will was essen. Er will ehrlich. Guck. Er will Corey. Er hat mich gesehen. Und er wollte genau das. Corey. Was passiert jetzt? Digga. Sing mal jetzt ein scheiß Lied. Wir sind Hawaii, na, na. Wir sind Hawaii, na. Du darfst nicht stoppen. Ja, das Problem ist, die Melodie ist... Ja, mach einfach. Wir sind Hawaii, na. Und dann erst, wenn es weitergeht. Wir sind Hawaii, na. Na, na. Verschiffen, Sigara, Kubana. Wo warst du damals, na, na. Als ich für meine Jungs Biggie Haas saß, vamos a la Playa. Wir sind Hawaii, na, na. Verschiffen, Sigara, Kubana. Wo warst du damals, na, na. Als ich für meine Jungs Biggie Haas saß, vamos a la Playa. Vier Minos, Alter. Okay, reicht's mit der Bitch. Scheiß, reicht's. Warte, lass dir noch einmal was reinstopfen. Was denn? Ich würde sagen, einen Kuchen haben wir noch nicht. Milch haben wir noch nicht. Baguette haben wir noch nicht. Nein, ich habe eine Idee, was wir reinstopfen können. Was stopfen wir rein? Warte. Jetzt hör auf aufzustehen. Nein, nein, nein. Was? 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 In Russland wirst du mir meine Jungs? In Russland wirst du mir meine Jungs? Hey, Piko. Das ist mein Kuchen, bl***h. Hey, Piko. Das ist mein Kuchen, bl***h. Ich verstehe. Was? Was? Was ich will meine Jungs? Was ich will meine Jungs? Hey. Ah, ah, ah. Jetzt will er. Jetzt will er.